Display Overlay erkannt. Für alle betroffenen Smartphone-Besitzer ist es jedes Mal ein nerviges Unterfangen. Scheinbar aussichtslos klickt man sich durch das Menü und ändert im Endeffekt nichts. Wie du trotz alledem Rechte vergeben und diese nervige Blockade übergehen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Weitere gut strukturierte Erklärvideos rund um Hard- und Software vom PC sowie vom Handy findest du auf meinem Kanal. Technischer Hintergrund für dieses Ärgernis ist eine Sicherheitsmaßnahme von deinem Handy. Es könnte ein Display Overlay die Beantwortung des rechten Dialogs verhindern. Google sieht darin ein Risiko und bittet dich zu Unrecht, das Overlay-Display zu deaktivieren, welches dann in einer Endlossuche in den Einstellungen endet. Damit dieses Problem endgültig der Vergangenheit angehört, wechselst du zunächst einmal über den Link in der Videobeschreibung und AdFly auf die Download-Seite der App im Play Store. Nach dem Download und der erfolgreichen Installation der Anwendung startest du sie. Anschließend aktivierst du oben rechts die App, gewährst in der Bedienungshilfe unter Dienste der App Zugriff mit dem Button oben rechts und bestätigst mit OK. Fortlaufend aktivierst du ein letztes Mal die Erlaubnis, dass die Anwendung über andere Apps angezeigt werden darf. Nun wechselst du in die Problem-App, in der du Rechte zulassen oder verweigern willst. Nun erkennt die gerade installierte App dies selbstständig und verhindert das Aufploppen der Anzeige Display Overlay erkannt. Mit wenigen Einschränkungen auf dem Display kannst du nun normal die Rechte einstellen. Jetzt empfehle ich dir einmal komplett durch deine Apps zu wechseln, am besten direkt in den Einstellungen und dort alle nötigen Berechtigungen zu aktivieren. Im nächsten Schritt wäre es besser die App wieder zu deinstallieren, andernfalls bekommst du immer und ständig Werbung angezeigt. Such dir oft genutzte Apps raus, aktiviere oder deaktiviere die Berechtigungen und deinstalliere im Anschluss den Install-Button-Unlocker wieder. Lädst du dir in Zukunft ein erneutes Mal eine App herunter und die Display Overlay Erkannt Anzeige erscheint wieder, kannst du ein erneutes Mal dieses Video aufrufen, um es wieder umzustellen. Wird dein Handy irgendwann mal auf Android Oreo geupdatet, sollte das Problem von Haus aus wegfallen. Soviel dazu, wenn du von nun an regelmäßig über WhatsApp-Updates informiert werden willst, so kannst du meinen Kanal abonnieren. Möchtest du noch wissen, wie du alle Snapchat-Trophäen freischalten kannst, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!